Yo, heizt rück zu Under the Waves. Tim ruft an, mal gucken nach dem Notfall oder Vorfall letztes Mal. Mal gucken, was er will. Aber wir schicken weitere Pläne nach unten. Drohnen sind bald bei dir. Pläne? Wofür? Warte ab. Geh raus und triff dich mit dem Kurier. Okay. Hm. Laserbauplanberge. Mhm. Wir können immer ein bisschen warten, ne? Wir müssen nicht immer noch wissen, was die wollen. Die Drohnen haben die Lieferung verloren. Hm. Was? Der ganze Schwarm hat sich merkwürdig verhalten. Ausfälle, Blackouts, jetzt das. Du musst die Pläne selbst holen. Ich hab sie für dich markiert. Okay, cool. Wo ist sie so markiert? Warum bin ich überhaupt hier unten? Welche Sache. Okay. Sauber hat der Vogel die hingepackt. Dumm. 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 Der den anderen Weg nehmen soll. Hätte ich sie nur in den anderen Sitz. Auto und Fall oder was? Warum kann ich damit nicht umgehen? Kann ich? Sie ist fort, Stan. Sie ist fort. Du verlierst. Okay. Okay. Die Pläne sollten hier sein. Eine Crafting-Anleitung. Habt ihr Pläne gefunden? Dann geh zurück und baue sie. Lasermodul für Unitrench-Tiefseetransporteinheiten. Warnung. Prototypen. Nicht für den Einsatz bestimmt. Tim. Oh, das ist alt. Das ist absolut sicher und nützlich. Okay. Oh, glänzt. Und los geht's. Was. Ich schaue. Die. Was. Duy. Das ist doch? Wieso? 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 Ja? Ja. Die. 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 Musik Oh hey, in the bow would light on. Perfect. So, Maide und nützlich. Blauhall fehlt mir da noch. Sorry. Ich weiß nicht, erst mal gucken. Wenn ja, geht's nicht mehr. Aber ich glaube irgendwie, was war das? Walhai? Oder was für das? So, mal gucken. Was haben wir noch? Da drüben. Was ist das für ein Symbol? Das ist die immer verlorene Container? Oh, ich mach mir rein. Ich hab's gedacht. So, da noch mal irgendwie ran müssen. Äh, nicht weglaufen. Ich hab's gedacht. 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 Woher kommt das alles? Hier ist es ... Nun ja ... Höhlenartig. Ein Stück Kohle. Weitgehend im Takt. Nützlich. Was für den einen löst, ist für den anderen, mein Schatz. Wie soll es denn was sein? Wo steckt eine Menge Energie drin? Wie haben Sie die überhaupt hier runter bekommen? Weiß man nicht. Zum Glück gibt es interne Heizsysteme. Entweder dahin und dann wieder zurück und dann dahin. Das wäre auch ganz nice, oder? Hm? Wie ist dein altes Mädchen? Wie ist dein altes Mädchen? Wie ist dein altes Mädchen? Metall kann man immer gebrauchen. Ha, eine Flasche echter Grog. Oder zumindest billiger Whisky. Das wird funktionieren. Plastik Flasche. So, dann aber zurück, oder? Schauen wir mal, was auf dem Weg liegt. Was ist das hier eigentlich? Was läuft da? Bildspieler, Bildspieler, Bildspieler. Also zurück. Mein Fehler. Junge. Junge. Junior. Mein Fehler. ação. Junge. 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 Ah, schwer. Das muss die von Tim erwähnte Spieldose sein. Ein Haufen Elektronik. 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 Zeit für Handwerdienung. Leicht übertriebene Verpackung. Ein Haufen Elektronik. Ein Haufen Elektronik. Ein Haufen Elektronik. Am Ende. Dann müsst ihr natürlich jetzt hier hinten irgendwo hinfahren. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Eingangs Sektor A. Das sind die Anlockstationen und hier hinten waren wir eigentlich noch gar nicht. müssen wir auch noch hinfahren. Aber lassen wir jetzt da wieder in die Richtung fahren. Dann müssten wir eigentlich alles mögliche auf dem Weg finden. Um ja überall Dinge zu gehen. So, irgendwo hier. Das finde ich ganz klar, dass die Sonne so nah ist. Wo haben wir den nicht schon längst gefunden? Wo könnten die sein? Warte, ne? Können sie lang flitzen? Wo sollen bitte diese Bauanleitung sein? Direkt unter mir ist eine. Hände sie in der Höhle drin? Oder was wird das sein? Hände sie in der Höhle drin? Oder was wird das sein? Also, die finden wir schon mal nicht. Aber die liegen hier oben wirklich noch rum, ne? Nein, gut, dann auf dem Höhle. Also, rein theoretisch müssen wir quasi vor der Luft schlägen. Also, hier müssen wir quasi noch Baupläne rumflattern. Ohlspuren, Ohlspuren. Das finde ich alles. Geht zu langs. Oh! Ohlspuren. Ohlspuren. Ohlspuren的 haben Sie einenource anschaun predicted. Ohlspuren, ohlspuren. 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 So, lass mal gucken, wir sind ja hier quasi in genau die falsche Richtung geschwommen. So, lass mal gucken, wir sind ja hier. So, jetzt zeigt der Pfeil nicht an, doch. Ich wollte gerade sagen, der Pfeil zeigt doch an, wo ich hinschwomme. So, rein theoretisch müsste ich jetzt da sein, wo wir fast hinwollen. 10 mal Öl spüren, warte mal. Jetzt sagen wir da unten, ist das nicht rüber. Hm. Hm. Ja. 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 es müsste irgendwie auf dem weg liegen die kiste ja so wie weit bin ich denn jetzt da dran vorbeigeschwommen die helft also irgendwo muss ich mal hier rumliegen also hier waren die reichen aber die sind natürlich von uns eingesammelt die ganzen können wir vielleicht nur hier oben mit dem flottern und bevor wir uns komplett wieder verlangen ich mach rein und baue das mal so herstellen ist er hier also gut mal sehen was wir sehen laser große sache das verteilt unter wasserpartikel bis zur dichte stufe von gefördertem rohöl könnte nützlich sein freizeit maßenfarbe spieluhr oder mhm mhm k k k k Okay, fresh, das heißt, das haben wir hergestellt. Freie Zeit. Was ist das? Okay, ich dachte, es ist in Ordnung, das Gesicht. Naja, es könnte schlimmer sein. Sieht gut aus. Gitarre? Was ist Limier? Pearls Teddy. Ich bin wohl letzte Nacht ausgepackt. Kurz danach aß Pearl einen Bergkuchen. Die Geräusche, die ihr Bauch machte, waren verrückt. Das Gespräch mit Emma letzte Woche, das war... Man, man, man. Wenn sie nur verstehen könnte. Weiß nicht, warum wir pennen. Ich weiß nicht mal, wann das aufgenommen wurde. Aber schön, dass es das gibt. Ach komm schon, ich sollte einfach ins Bett gehen. Ich... Ja. Ach, nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Wo bist du? Perl! Perl! Nein, das war nicht so. Ich wollte nicht. Perl! Roter Alarm. Hm. Kein Gerüstung. Was du? Scheiße, scheiße, scheiße! Tja, natürlich schauen wir uns den roten Alarm erst beim nächsten Mal an. Genau. Halt's Maul. So, also mehr beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.